Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Feuerrot Randomizer Naslog. So, ja, im letzten Part haben wir unser erstes Pokémon verloren und das war Carpador. Unser Seedrache ist gestorben durch ein Steuerrack, was Explosionen eingesetzt hat. Es war ein Level niedriger, aber es hat trotzdem gereicht. Er hat ein volles Leben und ja, er ist gestorben. Ein Seedracking kommt jetzt auch richtig kacke. Spiegel Cave, ach, als wenn. Irrschlag ist aber physisch, oder? Krabhammer ist, glaube ich, was er sollte überhaupt nichts abziehen. Ja, wenig. Ja, und wir haben gegen Björn mal wieder gewonnen. Er hatte bessere Pokémon. als sonst, aber nein, sag nicht. Ich verliere gleich noch eins. Ne, ich wechsle. Das ist mir hier langsam langsam wird mir ein bisschen brenzlig. Ich will jetzt nicht noch eins verlieren, also bitte. Das wäre, oh mein Gott. Das wäre zu krass. Zu krass, das heilt mein Herz nicht mehr aus. Ich habe mich schon so auf Garados gefreut. Das glaubt man gar nicht. Mann, ey. Ihr wisst gar nicht, wie mich das ärgert, ne? So was Dummes. Das war halt wirklich blöd. Ah, jetzt habe ich Fassade eingesetzt. Ich wollte doch... Na, vielleicht stirbt er. Ne, war auch klar. Wünschluss wäre halt effektiv und Step und er wäre down. Ja, was soll man machen, ne? So ist das Spiel. Wir müssen jetzt noch einmal da zu Bill und dann... Ja, können wir auch schon nachher die Arena machen. Mit Misty. Und dann... kriegen wir nachher mal unser Fahrrad... Wir müssen auf die MSN... Ne, die MSN... Das Fahrrad kriegen wir ja später her, ne? Wir müssen ja erst auf die MSN. Und dann müssen wir die Arena machen. Und wieder hierhin zurück und können es dann das Fahrrad holen. Dann müssen wir nachher Lavandia. Boah, wie heißt das? Ist das Prismania? Da gibt es eine Arena. Dann müssen wir nachher... Boah, keine Ahnung. Müssen wir dann schon in die Mitte da, in die Mittelstadt? Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ja, mit Star können wir nicht kämpfen, man. Star hat scheiß Attacken. Vielleicht soll ich doch Po mitnehmen. Der kann ja auch nichts. Der hat nicht wirklich Angriff. Nicht alles so gut, ne? Hier können wir uns ein neues Pokémon fangen. Ist mir auch gerade eingefallen, ne? Hier gibt es ja wieder ein neues. Vielleicht kriegen wir ja noch ein gutes. Also... Ein Celebi. Da bleiben wir drin. Celebi sollte uns überhaupt keine Probleme machen. Ich freue mich schon auf Celebi. Da gibt es eine... Äh, äh, ein Code in zwei Monaten. Oder... Entweder nächsten Monat oder den da drauf. Das weiß ich gerade nicht genau. Jetzt ist ja Mew. Mew habe ich schon. Das Level 100. Richtig nice. Kannst irgendwie nur Fund, aber dann kann man ja irgendwie alles beibringen, ne? Kann man sich mal Schönes einfallen lassen. Was kommt denn nächsten Monat überhaupt? Nächsten Monat? Also entweder Celebi... Oder irgendwer anders. Ich freue mich schon auf August. Da gibt es Azeus. Oder Arceus. Wie auch immer man ihn nennen will. Ich nenne ihn Azeus eigentlich meistens. Aber... Er kann auch Azeus heißen. Keine Ahnung. Wen gab es noch? Die ganzen aus schwarz und weiß, ne? Ah, die habe ich alle noch nie gehabt. Schwarze und weiß habe ich die Events nicht gehabt. Und davor eigentlich auch nicht. Nur die, die man halt so fangen konnte. Die habe ich mir mal eigentlich alle auf die Edition gemacht. Ich habe... Er hat, glaube, zwei oder sogar... Er hat so zwei, zweieinhalb Boxen. Eine legendäre habe ich da jetzt drauf. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Welches war das? Das Afcon? Ah, da habe ich halt zwei, zweieinhalb Boxen voller legendäre Pokémon. Denn nicht mal alle. Ja, nicht mal alle. Irgendwie... Manche habe ich drei oder vier Mal. Halt von schwarz und weiß, ne? Terachium und so, den ganzen Kram. Terachium, Viridium und... Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Wir waren eine dritte. Wir waren der dritte im Bunde. Ausdauer ist schlecht. Ach, 18 schon. Moin, was ist denn jetzt los? Sie sind voll krass dran. Gut, wir müssen wirklich hoffen, dass wir ein gutes Pokémon mit gescheiten Attacken kriegen. Aber guck mal, wir kriegen auch voll viel KP... Äh, äh, hier. EP. Ja, genau. Wir kriegen voll viel EP für die auch, ne? Das ist, äh, gut. So, er müsste noch kurz, äh, mal ein Level aufsteigen. Ähm, ja, und je nachdem, was wir gleich kriegen, ähm, machen wir dann... Ja, entweder nehmen wir den Star raus oder nicht. Kommt halt drauf an, ne? Bin ich mal gespannt. Und Schillok. Das ist perfekt. Ich hab doch jetzt gerade Dragon vorne genommen. Schön Donnershock. Zieht die Hälfte wahrscheinlich ab. Nicht mal. Alter. Windhose ist, ja, sehr effektiv, aber das sollte nicht so viel machen. Und dann setzen wir Sprungkick ein und hoffen, dass es nicht daneben geht. Nein. Ich dachte mal, das zieht die Hälfte, aber das zieht nicht die Hälfte ab. Turmkick, glaube ich, zieht immer die Hälfte ab, ne? So, jetzt müssen wir aufpassen. Das trifft schon mal und tötet. Besiegt. Tut mir leid. Wir wollen ja beim Richtigen bleiben, ja? Nach Zara würde ich gerne drinbleiben, aber wir können eigentlich nicht drinbleiben. Wen nehmen wir? Nach Zara ist ein bisschen blöd. Wir werden halt effektiv, aber wer weiß, wenn... Wenn die nachher eine Attacke kann, die nicht so gut ist... Äh... Vielleicht nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Übernahme, ja gut. Wartet da drauf, ja. Ich weiß nicht, was die Attacke macht. 600 Punkte, ey. Das ist so krass. Und es war nur Level 15. Gut. Ja. Ich wollte gerade sagen, hier ist noch ein Trainer. Ich dachte, den... Äh... So nice. Komm. Barriere. Ernsthaft? Naja, gut. Karate-Schlag. Perfekt. Ist halt noch physisch. Ja, dann bleiben wir erstmal drin. Das kann ich angreifen. Okay, das ist ein bisschen nervig. Das kann wahrscheinlich... Nur Karate-Schlag. Das erinnert mich an meinen Karpador. Oh mein Gott. Okay, ich wechsle aus. Das hat ja gar keinen Sinn. Verfolgung. Sollte auch nur eine oder so abziehen. Ja, wir wechseln. Starmie ist zu... Zu... Ähm... Angeschlagen. Das kann ich nicht machen. Auch wenn es jetzt schläft. Aber es geht nicht. Hat halt nur 10 Kp, wenn es schnell aufwacht. Man weiß ja nie. Ach stimmt, es ist ja Gestein. Das wusste ich vorher auch nicht, ne? Ich wusste nicht, dass dieses Pokémon Gestein ist. Habt ihr das gewusst? Ich nicht. Ich war voll überrascht. Ja, man lernt nie aus, würde ich sagen, ne? Krass, dass man so alles beim Pokémon-Spielen erfährt. Das ist einfach mal ein Pottrott. Pflanzige Stein ist. Du kriegst auch die Fresse. Mit Kraftkulass. Zack, ein Volltreffer. War, glaube ich, nicht nötig, aber... Na, steigt... Steigt Taube auf 21 auf? Nö, doch. Doch. Nice. Finde ich cool. So, dann wechseln wir einmal das Pokémon-Männchen, ja. Obwohl, eigentlich wäre es gut, wenn ich jetzt, ähm, einmal heilen gehe und mit Stark kämpfe. Wir tun aber erstmal Zauberer einfach nach vorne. So, wünsch mir Glück. Jetzt Mewtwo. Okay. Kaifel ist interessant. Oh, Mann. Was mache ich jetzt? Kaifel ist gut. Kaifel, leider gibt's kein Mammutel, ne? Oder gab's das schon hier Dritte? Da müsste ich jetzt ganz stark überlegen, ob das das schon in der Dritten gibt. Aber ich glaube, das kam nachher erst dazu, ne? So, Windstoß sollte nicht viel abziehen. Hm, Mammutel wär cool. Aber wie gesagt, ich glaube, das gab's hier nicht. Ein Kaifel sollte eigentlich auch, ja, ganz in Ordnung sein. Mit Psystrahl. Cool. Nice. Ja, das ist egal, weil ich jetzt Bälle werfen werde. Wir haben leider nur Puckebälle. Superbälle kann man nachher erst in Lavandia kaufen. Glaube ich, ne? Das dauert also noch ein bisschen. Oh, Mann. Ernsthaft jetzt. Was war denn die andere Attacke jetzt von ihm? Zwei Mal Psystrahl und was war das andere, was er eingesetzt hat? Ach komm. Mach's doch nicht so schwer. Ja, Giftblick kann er auch. Das paralysiert doch. Er kann voll cool Attacken, ey. Wie viel hat Frost? Wir wechseln zu Frost auf jeden Fall. Blutsauge. Genau, das meinte ich. Das war die andere Attacke. Boah, ich hätte fast. Ich hätte es fast eingesetzt. So, du schläfst. Und wir werfen weiter Bälle. Und wir hoffen, dass du jetzt reingehst. Ja, los. Nice. Was schläfst du alles bringt, ne? Wie nennen wir das mal? Passt das? Äh, warte mal. Passt. Glaube ich, wenn ich das jetzt richtig abgezählt habe. Wo ist H? Das ist H. Es passt nicht. Verdammt. Verdammt. Hä? Scheiße. Das Felsschwein. Mann. Weiß ich nicht. Was jetzt? Schreibe ich Fälle nur... Ups. Vaterknopf. Schreibe ich Fälle nur mit einem... Wir schreiben es nur mit einem L. Weiß ja jeder, was gemeint ist. Mann, wieso passt das nicht? Wieso habe ich so Pech und die Namen passen nicht? Das sieht voll scheiße aus, aber... Aber okay. Was soll man tun? Nichts soll man tun. War ja klar, dass mir sowas wieder passiert. Da fällt mir endlich mal ein einigermaßen cooler Name ein. Und dann passt er nicht. Aber gut. Dann hallen wir kurz und wechseln es ein. Ich meine, mit Psychostrahl haben wir eine Psycho-Attacke. Ich glaube, wir hatten noch keine. Ich glaube, das war so ein Typ, den wir noch nicht hatten. Ups, nein. Ging Star. Star ist kacke, immer noch. Hat sich nichts geändert. Kann da bleiben. So, die Nugget-Brücke war fertig. Und das heißt, wir müssen noch ein paar Trainer besiegen, weil da noch... Warte, war da nicht noch eine Route? Ich glaube, das ist noch eine Route 25 hier hinten. Ich glaube, das war 24. Tatsächlich. Wir können noch ein Zwang. Cool. Dann können wir vielleicht... Ja, mal gucken. Mewtwo. Mewtwo. Ach, Mann. Noctu. Ist zwar das Two drin, aber es wird anders geschrieben und ist scheiße. Mewtwo und Noctu. Ja. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Wir wechseln zu unserem neuen Pokémon. Hellschwein. Psy-Schub. Alter. Das ist irgendwie... In der Attacke, die hat 130 Stärke oder so. Oder 140 oder 150. Keine Ahnung, wie viel es in dieser Gen ist. Boah, Sternhieb. Das ist Stahl. Okay. Der kann voll cool attacken. Nimm mal Sternhieb. What? Nice. Er kann nicht... Verliebt werden. Oh Gott. Alter, das war knapp. Denn, äh, ja, schnell nochmal die Paralyse rein da. Und dann, äh, war es das eigentlich so gut, ne? Haben wir noch Noctu? Ja, gut. Eigentlich habe ich... Ich habe ja ein gutes, ne? Taube ist gut. Ja, und da ist... Taube ist... Es heißt Taube und ist eine Taube. Und das ist eine Eule. Und wir nennen es... Eule. Genau. Habt ihr richtig erkannt? War auch, äh, jetzt nicht so schwer zu erraten, denke ich. So, schnacken wir den mal von hinten an. Ganz frech. Ticken wir ihn auf die Schulter, er dreht sich um und... Den geht zum Battle. Butterlander. 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 Butterlander sieht eigentlich voll cool aus in dieser Jam, ne? Der Sprite ist ganz nice. Hier, guck mal, wie viel Okta-Suka abzieht. Äh, nicht so ganz viel. Konfusion. Ich will einen Butterlander haben. Es kann Konfusion. Wisst ihr, was das Gute ist? Zauberer kann nachher ja, ähm, die CM Psychokinese erlernen. Das heißt, wir haben eine starke Step-Attacke. Auf jeden Fall schon mal sicher. Das ist, äh, also man kann natürlich Glück haben, aber das ist halt eine sichere. Ja, wir können Glück haben und noch eine starke Psycho-Attacke erlernen. Aber das ist so halt eine, die man sicher erlernen kann. Erdbeben müssen wir mal gucken. Können wir Kaifel vielleicht beibringen? Also unser Felschwein. Ist auch so eine sichere Attacke. Wo es Depp drauf gibt. Oh, und hier kommt ein Creakle. Da würde ich eigentlich glatt wieder zurück wechseln. Aber, ne, warte mal was. Ja, ist vielleicht nicht so ganz schlau mit ihm. Da er so auch noch mit am niedrigsten gelevelt ist, setzen wir mal Dragon ein. Und du kriegst eine Sprunghege rein. Ja, Felschwein hätte es glaube ich nicht geschafft. Wobei, wenn er ungefähr die gleichen hat. Oh, wobei doch. Es kann doch Stahl. Stahl ist doch sehr effektiv, Mann. Das war dumm. Habe ich nicht mitgedacht. Eigentlich würde ich hier gerne ein paar auslassen. Weil ich keine Lust habe. Oh, als wenn. Ja, leck mich doch. Juckt kein. Was du mir deinem Papa auf der MSN gemacht hast. Und der Nong Heitaira. Dankeschön. Ah, das machen wir einfach mal. Oder? Oksa-Suka zieht vielleicht nicht so viel. Oh mein Gott. Drachentanz. Oh shit. Oh shit. Äh, was machen wir jetzt? Dragon. Komm. Das ist zur Hilfe. Wir brauchen einen Sprungkick. Oh, ich dachte schon. Du kriegst den hier nicht weg. So einfach lässt er sich nicht abschütteln, ja. Jetzt ist ein Sprungkick oder bist du down. Alter, so viele Punkte. 460 für zwei Pokémon von Heitaira. Alter. Äh, da komme ich noch nicht ran, ne? Obwohl doch. Wenn ich das geschickt mache, denn schon. Was stand da? Hallo, mein Freund ist cool. Ah. Octillery. Na, kennt ihr auch die Leute, die Octillery sagen? Ich nicht. Das mache ich eigentlich nur selber. Ich kenne keinen, der das so macht. Octillery ist halt... ...womit das dümmste, was man sagen kann. voll unnötig. Lass das lieber. Mach das nicht. bisschen die Musik genießen. Ich habe ja... Ich... Ist das hier auch schon... Oder, was heißt schon, ist das ja auch noch... Alter, ja, kein Fauna-Statue. Das ist doch auch 8... Ist das noch 8-Bit-Musik? Ne, ne? Ich habe hier letztens einen 8-Bit-Kanal... Äh... Da ist halt... Ja, eigentlich... Eigentlich alles so... Ja, nicht alles. Viel, viel so Metal ist da. Aber... Durch dieses 8-Bit ist das eigentlich ziemlich cool. Kann man sich mal anhören. So zwischendurch. Mal eins vielleicht. Da war auch was so... Green Day... Weil ich weiß gar nicht. Coldplay war da glaube ich auch. Ja, so... Jetzt nicht so die... Ganz bekannten... Stars von... Heutzutage so, ne? Da kenne ich mich eigentlich aber auch nicht so aus. Ich bin nicht so einer, der... Der die Charts hört, ne? Ich denke mir so, lass mal... Lass mal lieber. Ja, gibt's da zwar... Äh... Gibt's zwar paar nice... Wo ich mir denke... Kannst du hören? Oh mein Gott! Wie gut ist das denn? Halt noch eine spezielle Attacke, ne? Oh yes! Oh yes! Spezielle Attacke, dennoch schönen Donnerblitz. Richtig gut. Er hat ja... Richtig viel speziellen Eingriff. Und da ist das natürlich... Perfekt. So, er hat noch mehr, ne? Bleib mir drin. Sehr effektiv wegen den Pflugtypen. Also mit Frost und Eissieb... Haben wir... Perfekt. Perfekt. Das war richtig gut. So Magma... Gehen wir wieder auf Wasserattacke. Ja, wie gesagt... Charts hören ist nicht so meins. Ich hab ja schon mal ein bisschen über meine Musik geredet. In Maruk hat... 8... Part... Weiß ich nicht. Irgendwas zwischen Part 8 und Part 12. Ich glaube, es war... Ich glaube, es war 9. Der ging irgendwie knapp eine Stunde. Äh... Ja, mach ich den noch. Hm... Nee, komm, wir machen mal... Wir machen mal Schluss. Ich ordne die kurz... Ich ordne die mal gerne nach Level. Und wenn ich die nach Level habe, dann ordne ich sie nach Coolness. Also... Welche ich cool finde. Oh, richtig gut. 195. Da guckt ihr... Oh, guckt euch den speziell angefahren. Und die ihr nicht. Richtig krank. So den Ort nicht kurz nochmal die Attacke. Dafür ist noch Zeit da. Nice. Ähm... Hier können wir das noch kurz machen. Das muss man nach unten. Hä? Manchmal nimmt er das nicht an. Verletzend. Sternheb. 105. Als wenn er so stark ist. Erhöht eventuell noch Angriff. Krass. Der Tag ist cool. Aber trifft halt nicht... So ganz häufig, ne? Wir stellen uns mal hier hin, damit ich da auch hingehe. Damit er runterkommt und wir das Item kriegen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe ich hat der Part gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.